Wenn man so viele Jahre zusammengearbeitet hat und erfolgreich zusammengearbeitet hat, dann verbindet das, das ist doch klar. Und Rudi ist auch ein Freund des Lebens. Samstagmorgen, wir hatten trainiert und ich bin in ein Auto gestiegen und da hatten wir das Telefon noch im Auto liegen, so ein Autotelefon. Und dann habe ich meine Berichte abgehört und dann war da Rudi Assauer drauf. Da sagte er, ihr Assauer, wenn du Lust hast, ruf mich mal an und wenn du interessiert bist, um Trainer von Schalke zu werden, dann melde dich mal. So wie Rudi das auch tun konnte, ich fand das super. Ich dachte, dass er vergesslich wurde durch Alkohol, aber das war gar nicht nach hinein betrachtet. Und das tut mir dann auch leid, wenn du das im Nachhinein so hörst und siehst, was mit ihm passiert ist. Das tut mir wirklich leid, dass er nicht noch zurückdenken kann in der Zeit, dass es so gut war auf Schalke. Und ja, manchmal hat er gute Momente und dann reagiert er auch, dann singt er auch beispielsweise der blaue Vogel oder wie dann auch. Super, aber ja, es ist schade. Tut mir leid, wirklich. Super.